Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cars for Style. Mein Name ist Billy Carr und heute stelle ich euch den VW Tiguan 4Motion 2L TDE mit 150 PS vor. Liked halt, kommentiert das Video und vergesst nicht zu abonnieren. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank und wenn ihr auf dem aktuellen Stand sein wollt, abonniert den Kanal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.